Was ist ein Seriendruck? Wir haben variable Bestandteile, also Teile, die sich dann später nicht ändern und wir haben variable Bestandteile, die sich dann praktisch pro Brief ändern und diese variablen Bestandteile, die entnehmen wir aus einer Datenquelle und wenn wir die beiden Dateien verknüpfen, dann bekommen wir entsprechende Seriendrucke raus. Also in dem Fall haben wir hier zwei Datensätze. Das bedeutet, diese Datensätze, also es sind zwei Adressen, Herr Anton Müller, Frau Eva Mayer, die werden hier entsprechend verknüpft. Dieser Teil dieses Briefes und die Anrede, die ändert sich immer und daraus erhalten wir dann praktisch zwei Ausdrucke. Also für jeden Datensatz gibt es praktisch einen Ausdruck. Ja, wie kommt man jetzt zu diesem Seriendruck genau? Ich habe hier mal einen Brief vorbereitet. Dazu gibt es auch eine Datenquelle. Hier sind nur drei Datensätze drin. Das reicht zum Nachvollziehen des Vorgehens zum Seriendruck. So, also, unser Brief hier unter Extras, Serienbriefassistent. Hier startet man das Ganze. Wir sind schon in diesem Brief, den wir als Seriendruck hernehmen wollen. Wir hätten auch sagen können, neues Dokument oder bestehendes Dokument. Wir bleiben jetzt also in diesem Dokument. Weiter. Wir wollen einen Serienbrief machen, keine Serienmail. Serienmail, also bleibt es hier auch bestehen. Weiter. Und jetzt brauchen wir noch eine Adressliste. Hier sagen wir hinzufügen. Und das ist unsere Datenquelle. Hier sagen wir öffnen. Wenn hier Tabelle 1 steht, dann schaut das schon mal ganz gut aus. So, dann hier steht noch Firmennamen. Das war jetzt in meiner Adressdatenbank nicht drin. Also, wählen wir diese Adresse hier. Und wir sehen hier in der Vorschau, dass bestimmte Feldnamen noch nicht zugewiesen konnten, weil sie anders benannt wurden, als das Programm vorgibt. Das ist aber ganz einfach zu lösen. Wir sagen hier einfach Felder zu ordnen. Und das sind die Adresselemente, die LibreOffice vorgibt. Und das sind meine Adresselemente. Also, statt Anrede habe ich den Titel gehabt. Vorname, das war gleich. Nachname hatte ich. Dann die Adresszeile 1. Das ist dann die Adresse 1 bei mir. Und hier kommen ja auch schon bei der Vorschau die Ergebnisse, die ihr dann entsprechend ausweist. Bei der Stadt haben wir noch hier den Ort und Postleitzahl müsst ihr gefunden haben. Und man sieht hier auch schon den Vorschau-Block. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier kann man nochmal sich durchklicken durch die einzelnen Adressen. Und dann kann man hier entsprechend sehen, ob hier Fehler sind oder nicht. Dann klicken wir auf Weiter. Hier hat man auch die Möglichkeit, das Ganze zu personalisieren mit einer entsprechenden Anrede. Allerdings müssen wir hier auch aufpassen, wenn wir uns hier mal durchklicken. Dann haben wir hier immer den Herrn. Und um zu unterscheiden, um wen handelt es sich denn, brauche ich wieder eine Zuordnung, wenn das mit der Tabelle nicht genau übereinstimmt. Das heißt, ich suche mir den Spaltentitel, wo diese Unterscheidung vorkommt, nämlich beim Titel. Und wenn der Feldinhalt Frau ist, dann gibt er aus Frau Fischau. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Zweimal Frau, einmal Herr. Genau. Gut, dann können wir auf Weiter gehen. Hier sieht man jetzt schon, dass ein Textfeld hier entsprechend vorgeschlagen wird. Hier ist eine Anredezeile. Die kann man hier natürlich schon entsprechend verschieben. Allerdings weiß man natürlich nicht, wo die anderen Bereiche liegen. Darum macht das jetzt hier keinen Sinn. Und wir gehen hier auf Weiter. Und hier hat man schon die Möglichkeit, entsprechend die einzelnen Datensätze durchzusuchen. Jetzt ist mir hier noch was aufgefallen. Firmenname. Ich dachte, dass ich das eigentlich nicht ausgewählt habe. Nun sagen wir hier mal mehr. Und hier ist eigentlich kein Firmenname. Okay. Dann schauen wir es doch mal weiter an. Also wir haben hier immer den Firmennamen. Aber er dürfte das eigentlich nicht auszeichnen. So, dann sagen wir hier Dokument bearbeiten. Der Seriendruckassistent, der verkleinert sich. Und hier könnte man jetzt eigentlich reingehen und dieses Seriendruckfeld löschen. Hier in dem Bereich, da hat man die Anrede. Das hätte ich ganz gern weiter oben gehabt. Und der Betreff, der ist hier ganz nach oben gerutscht. Genauso wie das Datum. Das muss natürlich hier runter. Das Datum wollte nicht. Okay. So, nun kann man hier auch dieses Textfeld entsprechend verschieben. Datum kommt etwas weiter höher. Dann der Betreff. Dann haben wir hier 1, 2 Leerzeilen. Dann kommt die Anrede. Nach der Anrede kommt eine Leerzeile. Lassen wir das mal so. Wir kehren zum Serienbriefassistenten zurück. Und hier können wir weiter sagen. So, und jetzt ist schon Folgendes passiert. Wir haben jetzt alle drei Briefe in einem extra Dokument. Hier haben wir also unbenannt 1. Und hier könnte man jetzt sagen, ich möchte nochmal die Dokumente individuell bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder den Seriendruckassistenten verkleinern. Und ich kann hier zu den einzelnen Briefen gelangen und die natürlich noch entsprechend verändern. Wenn ich natürlich eine große Datenquelle habe, dann ist das natürlich sehr viel aufwendiger. Hier ist also wirklich besser, das hier in diesem Zentraldokument zu machen, um dann sich die Arbeit zu sparen. Gut, dann der letzte Schritt. Hier ist jetzt die Frage, was macht man mit diesem fertigen Dokument? Möchte man das speichern, ausdrucken oder dann doch noch als E-Mail versenden? Wir tun das Ganze mal speichern und zwar nicht einzeln, sondern hätten wir praktisch drei verschiedene Dokumente, also drei Briefe, sondern alles in ein Dokument. Dann kann man hier sagen, Dokument speichern. Ich nenne das mal Seriendruck. So, und dann sind wir hier fertig und das war es hier. Also das ist hier noch das Hauptdokument. Das können wir hier mal schließen. Das ist hier noch offen. Das müsste man aber, mal schauen, das existiert eigentlich schon. Das sind also die Serienbriefe hier. Diese drei Briefe. Dann könnte man das eigentlich schließen. Brauchen wir nicht speichern. Und dann schauen wir, was noch davon übrig ist. Also hier waren die einzelnen Seriendrucke. Eins, zwei, drei. Hier haben wir die Datenquelle und hier ist nochmal der Brief mit dem Einladungsschreiben. Und hier haben wir unsere Seriendruckfelder und hier auch noch die Anrede entsprechend. Ja, noch ein kleiner Hinweis. Mir ist LibreOffice öfters abgestürzt. Ich habe also den Seriendruck in Version 4 und 5 versucht, auch in der portablen Version. Ich bin dann auf etwas gestoßen unter Extras Optionen. Da kann man hier unter Erweitert dieses Häkchen rausmachen. Damit LibreOffice Java nutzen kann. Und dieses Java hat wohl die Abstürze verursacht. Also hier kein Häkchen setzen, rausmachen, okay. Und dann hat das Ganze funktioniert.